Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark Shorty. Ich stehe hier in Shushire, Eisflügelhöhen und hier bekommt man eine Quest angeboten, wenn man die Hauptstory fertig hat beim Bildhauer Stendhal. Und mal schauen, was der Gute von uns will. Es gibt eine Frau, an die ich jeden Tag denke. Es ist ein bisschen peinlich, aber wir sind verliebt. Wir lernten uns in einem Gasthaus im Bright Home kennen. Sie hat mich so wundervoll angelächelt. Ja, ich habe mich wegen dieses Lächelns in sie verliebt. Wir können im Moment nicht zusammen sein, aber ich möchte ihre Schönheit hier aus Eis formen. Würdest du mir helfen? Oh ja. Was muss ich denn machen? Ups, besorge Schneebälle. Äh, ah, da, jetzt. Da muss ich irgendwo. Okay. Und einen? Das war's schon. Brauchte bloß einen. Nein, das ist es nicht. Ah, nein, nein. Äh, dieser Schnee ist so ungeeignet, dass ich nicht einmal Schneemänner daraus bauen würde. Okay. Jeder macht Fehler. Aber man sollte nicht gleich, nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Bring, bitte bring mir diesmal gutes Eis. Äh, okay. Aber auch nur, weil es 4000 Silber gibt. Äh, okay, dann gehen wir da runter und besorgen. Gutes Eis. Vorteil ist von gutem Eis. Da unten sind Gegner. Ich kann ein bisschen Action machen, oder? Hier sind doch Gegner. Hier waren doch gerade noch Gegner. Ey, komm, bitte. Gib mir Gegner. Da sind Gegner. Okay, der war jetzt nicht der Regel wert. Okay, das hier. Nein, ach so, ich muss eine ganze Menge Eis, deswegen. Okay. Kommt her. Dann bringen wir ihm mal sein Eis. Das ist es. Das ist das Eis, das ich brauche. Ah, ich kann es kaum erwarten, damit zu arbeiten. Hörst du dieses klingende metallische Geräusch eigentlich auch? Ich bin sehr hellhörig, besonders wenn ich arbeite. Könntest du dieses Geräusch abstellen, damit ich mich konzentrieren kann? Naja, okay, für knapp 16.000 Silber stelle ich dieses Geräusch ab. Vielleicht war das auch vorher, wo ich gemetzelt habe. Komm, da ist doch noch ein metallisches Geräusch. Dann brauchen wir keine Gruppe hier. Dann brauchen wir keine Gruppe hier. Und für Tisch. Ups, in die Wand geritten. Ich bin fertig. Jetzt muss nur noch dieser Eisblumenkranz auf ihren Kopf. Ich bin nicht egoistisch. Ich lasse dir den letzten Schliff. Nur dank dir kann ich sie jetzt so wiedersehen als Eisskulptur. Oh ja, ähm, da ist sie. Oh, es sind noch mehrere. Oh, Entschuldigung. Ähm, ermutigen. Ähm, ermutigen. Entschuldigung. Willst du einen Streit anfangen? Nein, will ich eigentlich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ah, das kann nicht sein. Ich habe dir vertraut. Wie konntest du mir das nur antun? Geh mir aus den Augen. Äh, okay. Äh, ja, okay. Also, sagen wir mal, lustig. Bisschen Action. Ist halt ein Shorty. Wenn es euch sowas gefällt, Daumen nach oben. Abo wäre ganz großartig. Kommentare hinterlassen. Und ansonsten einfach in der nächsten Folge wieder dabei sein. Hier in Lost Ark. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Ciao. Ciao.